Aber hey, um es mal gemacht zu haben. Es war jetzt zwar sowas von unnecessary, aber hey. Einfach mal, um es mal gemacht zu haben. Hallo, Mr. Geisel. Alles klar. Ja, unsere Herzen ihm zum Valentinstag schenken. Wer weiß, was der Joker mit ihm anstellt? Verfluchter Joker. Tu uns allen ein Gefallen und setz diesem Irren ein Ende. Verfluchter Joker. Tu uns allen ein Gefallen und setz diesem Irren ein Ende. Mann, ich hätte nie gedacht, dass ich ihr Leben draus komme. Ich schulde dir mein Leben, Bad Girl. Ja, gern geschehen. Mann, ich hätte nie gedacht, dass ich ihr Leben draus komme. Ich schulde dir mein Leben, Bad Girl. Warum haben sie den Typen eigentlich hier aufgehangen? Da unten ist doch eigentlich nichts. Ja gut, der Ventilator, aber der ist verschlossen. Ne? Ich verstehe es nicht. Anarchie! Das Symbol von Anarchie. Tür auf! Jumpscare incoming! Okay, dann war es weiter oben. Jumpscare incoming! Ein dummer Jumpscare. Auch wirklich. Auch wirklich. Aber Chicken, jetzt hast du den Spaß genommen, den du die Leute vorgewarnt hast. Stimmt, ich hätte euch eigentlich leiden lassen sollen. Ähm, nein. Wir werden erstmal noch alle Collectibles sammeln. Es gibt ja noch zwei Luftballons, acht Zähne und zwei Springteufel. Und da gibt es dann noch eine andere Sache. Äh, was ist hier oder war das eins drunter? Das war wahrscheinlich da drunter. Hm, ich sollte den Typen ausschalten. Hm, hier vorne ist sogar noch ein Zähnchen. Ein Zähnchen. Ein Zähnchen. Zwischen den beiden Dingern. Jetzt wird's schmerzhaft. Oh, ist das Beste, Sylvester? Nein! Nein! Noch nicht, Barbaron. Noch nicht. Mach wirklich, dann versuch erstmal meinen Ballarang zu zermalmen. Ach, da vorne sind noch Zähne. Zähnchen! Geh weg! Kuscht euch! Auf Nimmerwiedersehen. Ich werde vom Hai gefressen! Das war doch ein Hai, oder? Ne, das war das Boot. Äh, der Hai ist da oben, Chicken. Ach, wirklich! Wie kommst du denn da rauf? Ich brauche aber noch was Gelbes. Gelb! Dieses kann man hier etwas mit der Direktivsicht erkennen. Ja, etwas. Ich muss zu Robin. Verdammt, ich habe dieses Jahr keinen Bonus bekommen. Keine Boni beim Joker. Ich habe gehört, du kriegst eine goldene Uhr, wenn du es fünf Jahre aushältst. Wer will schon eine goldene Uhr? Ist bestimmt eh nicht echt. Eine goldene Uhr, ja. Keine Ahnung. Bekommt man bei Blackmast dann eine goldene Maske? Wäre ich nur in der Schule gebriert. Ich auch. Ja, nicht. You must be at least this torch, right, this right. Sorry, babe, girl. Du bist zu klein. Egal, ich gehe trotzdem rein. Merkt niemand. Hehehehe. Hehehehe. Don't mind me, I'm just passing through, okay? Ich muss hier irgendwo sein. Sie hat Angst. Robin hat den Joker gefunden. Die Chancen stehen gut, dass er auch meinen Vater hat. Nein. Wir konnten da rauf. Gordon ist mittlerweile ganz woanders. Ich habe ihn mir geschnappt. Und ihn irgendwo hingesteckt. Karussell war besetzt. Geisterbahn war besetzt. Wiesenrad war besetzt. Was gibt es denn noch in so einem Vergnügungspark? Ja, es ist mir eine Achterbahn. Genau, ich habe ihn in eine Achterbahn hinsetzen lassen. Moment, das hast du schon aktiviert, Chicken. Hehehe. 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 Eine Scheibe, die sich dreht. Äh... Messer werfen. Ja. Knife Thrower. Kommt jetzt hier auch noch Tony... Zuko? Also der Kerl, der dafür verantwortlich ist, dass Dicks Eltern gestorben sind. Next show in... keine Ahnung wie vielen Minuten. Da musst du halt zu Robin, na und? Schön vor Robin. Ich seh Leute... durch die Wand. Sind hier noch irgendwo gelbe Sachen? Ne, ne. Da oben sind noch Rolf-Ballons. Luft-Ballons! Ich hab' ich euch nicht gesehen. Keine Ahnung. Fast. Fast schicken, fast. Sooo... Ach, man merkt, dass sie von Batman ausgebildet wurde. Genauso ungeduldig. Wobei, Sina ist eigentlich auch ungeduldig gewesen in ihrem DLC. Ne, das sind keine Joker-Ballons. Das sind... Ballons vom Vergnügungspark. Daumen. Daumen-Chicken! Ich kann nicht glauben, dass ich wieder meine Zeit damit verbringe. Irgendwelche Ballons! Na gut, aber das war jetzt zum Glück der letzte noch. Drei Zähne und zwei Springteufel. Ich bin noch von euch bewaffnet. Nö. Na, was ist denn noch unten? Ach so, wenn ich das mal Oma benutze. Hab' grad keinen Bock gegen euch zu kämpfen. Zufall zum Laufen! Barbara, du hast die Schurken unterbrochen! Und wieso will ich dich immer Selina nennen? Weil ich mir mit Selina und Betsy interagiere. Zehne und Springteufel. Na genau, steck mir einfach Selina in dieses Kostüm. Aber dann ist sie doch kein Kätzchen mehr, Chicken! Dann kann sie Batman nicht mehr anschnurren. Hab' ich das Ding jetzt weggeschoben? Meine Trinks herein! Ne, das ist halt ein Collectible. Oosh, 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 oosh. Jetzt guckst du doch explizit auf die Karte. Schäme dich, Checker. Nö. Ich hab' doch gesagt am Ende. Suchen wir halt. Irgendwo hast du was nicht. Ach, da hinten. Ich wollte schon sagen, ich sehe gerade nichts auf meiner in Anführungszeichen-Liste, was ich noch nicht abgehakt habe, aber nicht in der Ecke da hinten vergessen. Zwischen Boot und Hai. Böttchen! Und Hai! Hallöchen! Was bist du denn? Ein Orca! Elfin! Oder was auch immer. Schön für dich, Harley. Schön für dich. Hm, in eine andere Richtung. Stürr! Robin hat den Joker gefunden. Zeit, diese Sache zu beenden. Wieso redest du gar die ganze Zeit von Robin? Liebst du ihn oder was? Dann heirate ihn doch. Moment, das tut er sogar. Aber er hat doch den Joker gefunden. Ja, und wir haben jetzt auch hier alles gefunden an Collectibles. Ich will aber noch woanders hin. Mach noch was anderes. Was Spaßiges. Hey, Jungs. Wie ist das physikalisch möglich? Hilfe. Hast du mich gerade mit dem Stein beworfen? Was? Auf dem Mond? Hast du mich jetzt gerade gefragt, ob ich auf den Mond will? Oder ob ich auf den Mond es halt haben will? hier und schlagt im Rohr. Ich weiß nicht. Robin hat den Joker gefunden. Die Chancen stehen gut, dass er auch meinen Vater hat.